hallo und willkommen zu einer weiteren folge im pillen galactic survival hier bei mir dem felljack schön dass du wieder mit dabei bist freut mich ja ist etwas lange her ja der upload wollte nicht so tut mir leid aber jetzt sollte es eigentlich weitergehen hoffe ich mal schauen wie ich das so hinbekomme mit den folgen wir sind ja auf dem mond gelandet und ich wollte eigentlich ja ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen hier ich weiß gar nicht mehr was genau ja raumschiffe farm eventuell ein paar kerne bauen ja ihr seht ich habe jetzt schon ein bisschen rumgekritzelt wieder mit den mit der farbpistole und wir hatten ja generatoren noch hier verbaut in den europ den hüllenpolarisierung schild t2 hatten wir auf abgegradet und so weiter und so weiter und jetzt wollen wir mal schauen ich muss mal gucken ob wir noch kerne haben aber nicht hier noch was drin hier habe ich doch gebaut acht kerne muss gleich mal hier drin und dann fliegen wir mal irgendwo hin und gucken mal ob wir irgendwo gibt aber schwer aber ja es stimmt ja ich muss ja noch eine schubdüse verbauen warten jetzt ach ja war ich ach ich war ja schon ja ja ich war ja nicht auf der oberfläche direkt wegen angriffe wenn ich ausgelockt bin naja okay das ist ja eigentlich quatsch aber so ich schon erst mal wieder ein bisschen klarkommen hier lange nicht gespielt diesmal auch wieder ein bisschen mit webcam scheiß drohne ja auch stimmt ja hatte mein moderator der lune hatte mir hatte mich darauf hingewiesen in den kommentaren unter meinen videos dass wenn man die zierichs drohnen angreift dass man minusruf kriegt bei der handelsgilde natürlich ein bisschen dumm ne aber gut was willst du machen warum mal gucken was wir hier alles haben dann ist auf jeden fall ein fragezeichen noch meiste sind nur ressourcen sind hier auch am rand dann höchst mal gucken was das fragezeichen in zwei kilometer ist da minus zehn handelsgelder kriegt man echt minusruf sollte man sich gut überlegen dann ob man die angreift oder nicht aber mir ist jetzt erstmal egal aber es ist gut zu wissen auf jeden fall ja wir brauchen noch zwei geschützte auf jeden fall nach ist nur so ein ja hier ist nix ist nur so ein komischer turm aber sonst lohnt sich das hier nicht weiter ja wir können dann eigentlich mal den großen sprung wagen ins nächste sonnensystem weil wir brauchen ja immer noch einen geeigneten heimatplaneten wo ich mich da niederlasse kolonisten ausgabungsstätte ja das nutzt mir auch nix wir sehen nur die kolonisten egal dann hauen wir hier ab wenn man wohl woanders auch noch was finden denke ich ganz schön fetter pott geworden meine mein farm schiff hier schon mächtig geworden so und dann lassen wir mal gucken wo denn mal hinfliegen was ist denn zahner zahner hört sich doch interessant an ein bisschen weit weg oder ist ein weißer stern ziel erfassen ist soweit 40 lichtjahre soweit komme ich gar nicht oder sich nicht glauben wir kommen nur 35 oder 30 mal testen habe ich glaube es geht nicht 30 ok 30 war doch richtig 30 lichtjahre soweit weg dann probieren war den hier sind k system weit ist der der 22 4 in palmer an und gibt gas hier und dann schauen wir mal was uns da erwartet beziehungsweise ohne der k klasse entdeckt so da sind wir schon mal gucken was es hier schönes gibt oh hier ist einiges ne hier ist einiges igan moon haben wir dreimal wjho haben wir zweier und wir gucken mal die übersichtskarte auf wir gucken uns erstmal in ruhe an am besten erstmal die planeten info so und dann haben wir den zum beispiel igan moon das jetzt drei oder ist das nur einer auf jeden fall nicht atembar sonst hier schwerkraft 0 ist besonders was ist das hier ist auch nicht atembar aber titan aber drauf eisen und das übliche was haben wir neodym ne satium satium ist hier drauf aber hier alle nicht atembar ein atembarer wäre schon gut der ist auch nicht atembar und der hier ist auch nicht atembar was ist das hier für ein ding auch nicht atembar ok ja das bringt nix also für ein heimatplaneten sollten wir schon irgendwie dass wir atmen können wenn gehen wir mal auf wie heißt der tubena ein m system habe ich den jetzt nicht ausgewählt ach wo ist denn der marker da zwei lichtjahre weiter jetzt geht die souverein nämlich erstmal los den geeigneten heimatplaneten für für mich zu entdecken besonders der m klasse entdeckt dann schauen wir hier mal rein haben wir zwei ja unten gamma atembar nein 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 und nein ja das war auch ein satz mit x hier ok kein a und kein m ein f vielleicht gucken wir da hin wo ist das soweit er ist soweit Mist muss ich hier löschen f hier ist noch ein f er ist auch soweit ist alles soweit mal anfangen hier da so sind wir dahin geworbt was ist denn der nächste das ist wieder ein m da unten ist ein k da steht es ja auch 31 lichtjahres soweit 39 37 31 14 ist wieder ein m probieren wir mal probieren geht über studieren jetzt suchen wir wieder den marker wie blöd ja genug pentaxid habe ich ja das große warpen hier los aber alles nicht so einfach da muss man mal ein bisschen gucken hier haben wir einen ist auch nicht atembar auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht ja das sind ich möchte nicht unbedingt auch noch mit sauerstoff spielen jetzt ist auch ein m ja hier da ist ein k größer unter uns ich werde es mir auch nie merken wo die atembaren planeten sind so schauen wir hier mal was haben wir hier ein feines alle nicht atembar die dinge nix 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 ist nicht so schön ok was haben wir denn jetzt hier alles ähm k haben wir jetzt m haben wir a haben wir g vielleicht was ist denn der hier 17 probieren wir mal ein g stern Vielleicht ist das was. Auf zum G-Stern. So am ersten. G-Klasse Sonne. Gucken wir mal hier, was hier so ist. So, jetzt drückt mal die Daumen. Atembar nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, auch nicht, nein, der auch nicht. Die können auch... Wieso gibt es nicht so atembare Planeten? Ich glaube, das hat damit nichts zu tun, oder? Man muss, glaube ich, einfach nur ein bisschen Glück haben, oder? Kann das sein? Was hatten wir denn jetzt hier? K. Da ist noch ein J. Ach nee, das liegt ja von da nach da. Nee, hier ist nichts mehr. Oder muss das eine bestimmte Sonne sein? Ich habe gerade keine Ahnung, mein Name ist Hase. Wir gehen mal weiter. Vielleicht hat es auch gar nichts mit der Bezeichnung zu tun. Wir gehen einfach jetzt mal so weit, bis ich was gefunden habe. Das muss ja irgendwo was Vernünftiges sein. Das G-Klasse-Sonne entdeckt hatten wir doch schon, oder? Ich habe auch keinen Tod mehr gekriegt. Nein. 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 Nee, Stationsdienste. Ach kacke. Nee, auch nicht. So. Ja, wo fliegen wir dann mal hin? Was haben wir hier denn noch? F-M-M-M-M-M-E-M. High Security hier. Und Nytria. Was ist denn High Security? Hm. Weil das ist denn der weg, der passt auch. Nehmen wir den mal. Oder kann man das vielleicht schon eher sehen? Nein. Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, 129 AU haben wir noch an Pentaxid. So. Nächste, nächstes Glück hier. Nein. 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 Das kann alles in eine Tonne kloppen, ne? Nein. 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 Okay. Also, ich weiß es nicht. Mein Lieben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich meine, dass M geht, aber... Ich habe keine Ahnung. Wie weit ist denn der? Ne, 36. Was? Null? Ne. Hier. 34. 39. 27. Hier mal hin. Ah, Marker, 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 Marker. Wo ist der Marker unter mir? Den Wald vor lauter Bäumen, mein Lieben. Den Wald vor lauter Bäumen. Was wird die Suchfolge hier? Was soll ich machen? Mein Gott. Muss doch mal was sein hier. Alle nicht atembar, ne? Alle nicht atembar, ne? Muss ich auch in Kopf stellen, ne? Alle nicht atembar. Magnesium. Oh, der ist aber geiler. Der hat Satium, der hat, ähm, sag mal schnell, Zarkosium und Titan noch. Schon krass, ähm. Aber er nützt uns auch nix. Also, ich weiß es nicht. Hier nochmal ein F. Nehmen wir den nochmal. Und wenn ich dann nicht finde, dann werde ich erstmal cutten oder so. und suche dann so lange, bis ich was gefunden habe. Beziehungsweise, bis mir das Pentaxid ausgeht. 96 AU noch. Erstmal Sonne der F-Klasse entdeckt. Komm, drück die da um. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Die sind alle nicht atembar. Gibt's doch gar nicht. Da muss doch irgendwo einer halt bei sein, wo man atmen kann drauf. Ja, man könnte notfalls auch, aber... Ne, ich suche noch ein bisschen. Ich werde mal hier einen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann was gefunden habe. Bis gleich. So, meine Lieben. Ich habe gerade was gesehen, dass das gar nicht auswählbar ist mehr. Warum? Hä? Man kann das gar nicht auswählen mehr. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, vielleicht waren doch schon Atembare dabei und ich habe es nicht gesehen. Weil er stand die ganze Zeit hier drauf. Anstatt auf Planeteninfo. Ach, kann man diese Planeteninfo von hier nicht mehr sehen? Hä? Das muss doch gehen, oder nicht? Na gut, dann werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir werden uns mal einen rausholen hier. Was haben wir denn hier drauf? Magnesium wieder? Ne, Eisen. Aber hier ist Pentaxi, Titan. Ah, ne, Moment. Geh mal ran hier. Aber das ist ganz normal hier. Kupfer und so weiter. Der hat schön viel hier. Was hat der denn hier noch? Kobalt. Neodym. Prometium. Satium. Titan. Titan. Dann werden wir hier mal hin. Obwohl... Ach, jetzt. Ne, jetzt. Ach, man muss dann immer... Ach, geht doch. Ach, man muss den erst... Ja, habe ich doch ausge... Hä? Ich bin da... Ach, ich bin da mit der Maus da rüber gegangen, ne? Muss man die erst anklicken? Ah. Dann haben wir die ganze Zeit umsonst gesucht. Man muss die erst mal anklicken. Atembar, ja. Atembar, nein. Aber der hat viele Ärzte. Dann fliegen wir mal nach... Wut... Ich vergiss es. Wir fliegen jetzt einfach mal nach Wuto. Wuto irgendwas. Wasser. Wasser. So. Dann gucken wir uns das Ding immer an, was das für einer ist. Wuto Aura. Wuto Aura. Wuto Aura. Irgendwie so eine Art. Oh. Das könnte Wüste sein. Sieht nach Wüste aus. Könnte aber Sumpf sein, oder? Was hat denn der hier drinnen? Ja. Ja. Ah, hier. Der hat Pentaxid hier. Und Magnesium im All. Was könnte das sein, oder? Ist das ein... Ja, weil der so rot ist, ne? Kann man schlecht sehen. Wüste kann ich mir nicht vorstellen. Denn atembare Wüste gibt's doch gar nicht, oder? Na ja, wir werden's ja gleich sehen, was das ist. Aber ich tippe auf Urwald oder Sumpf oder sowas. So. Dann schauen wir mal. Ich bin mir in der Wüste aus. Was ist das jetzt wirklich? Decker Marker. Ein Arith. Ist doch ein Wüste. Ein Atembarer Wüsteplanet. Oh, das könnte was werden hier, ne? Jetzt noch was klimafreundliches hier so am Wasser. Irgendwo am Wasser, wo ein bisschen Wald ist. Ah, ja. Geh, ja. Geh, ja. Was haben wir denn hier? Ressourcen, Ressourcen, alles Ressourcen. Wir testen das mal gleich hier. Landen mal hier. Gucken mal, wie es hier so ist. So. Schiff steht still. Eine schöne Aussicht hier. Schöne Aussicht. Ach, lass mich aus hier. So, was haben wir denn hier? Locker, locker und flockige 28 Tacken haben wir hier. Sieht schon ganz anständig aus hier, oder? Mensch, haben wir gleich Glück und gleich schon Heimatplanet gefunden, oder? Schöne Oase bei 28 Grad. Hier könnte man bauen, ne? Aber wir müssen natürlich mal gucken. Das ist ein großer sogar. Sehr schön. Ist auf jeden Fall atembar. 14% O2-Gehalt. Strahlung 0,8. Ist auch gut. Schwerkraft 1,01 G. Das ist auch in Ordnung. Temperatur minus 12. Minimal und maximal 51 Celsius. Ist auch okay für mich. Eisenkopf von hier. Dym, Kobalt, Prometheo, Titan gibt es hier abzubauen. Ja, wir müssen zwar nur mal gucken, wer hier noch so rum haust, ne? Dann können wir uns mal schön Platz nehmen. Wie den hier zum Beispiel. Und uns zur Ruhe setzen. So. Nein, nicht wirklich. Geht da ernstes Lebens los, ne? Lass mal gucken, wie das hier mit Sirax und so weiter aussieht. Wir brauchen hier auch noch ein paar Gegner, ne? Ziemlich weit oben. Dann lass mal hier über den See rüber tingeln. Bisschen mittig fliegen. Genau so. Mal gucken wir mal, was der so zu bieten hat. Da haben wir nochmal 1, 2, 3, 4 Fragezeichen, 5 Fragezeichen auf der Seite. Dann checken wir die als erstes schon mal. Ebenso wie es aussieht, haben wir unseren Planeten gefunden. Wenn jetzt noch anständig, äh, Feindbestückung hier drauf ist, damit wir auch was attacken können hier. Ein paar Unsinn, Silos oder sowas. Abwehr ist das, oder? Old Farm ist das. Warum ist das rot? Da sind noch ein paar Silos, oder bin ich doof? Was ist ein Abwehrbatterie? Es sind Ruin-Tanks sind das. Wollen noch Fahrzeilen und da hinten. Da werden noch einige Fahrzeilen sein. Also wichtig ist, dass wir auf jeden Fall Poise haben, die wir raiden können. Wir brauchen Feindverbände, die wir raiden können. Das kommt ein komisches Ding in hier. Was mit Solarpaneele. Kolonisten-Outpost. Hier noch ein Fahrzeichen. Zwei Kilometer. Also Feindbewegung sehe ich noch keine. Kommt noch. Ist schon irgendwas zu sehen? Oh, ich fliege schon wieder zurück, ja. Ich werde hier Flitzwerk Kunden haben. Auch so eine Art Silos. Ja, das ist wie das selber, ne? Wir Tanks. Erfolgen einfach mal den Fragezeichen so ein bisschen. Da ist einer näher dran. Ja, würde ich sagen, ne? Dass wir erstmal diesen Fragezeichen hier folgen. Gucken wir den nochmal schnell nach. Neodym-Erzlager. Da sollten wir uns dann auch, ähm, Bergbaukerne besorgen. Dass wir die, ähm, die Sammler hier hinstellen können. Ein Ancient Shelter. Tja, das war auch nix. Irgendwo schon Feindgebiet oder sowas? Ne, ne? Lass mal... Ne, da ist das nächste. So. Aber, meine Lieben. Ich mache hier erstmal Folgen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Lass mir einen Daumen nach oben da. Abo, Abo Glocke. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Musik